So, nochmal ich mit Astro. Das ist hier einfach ein kurzes Video zu zeigen, wo unsere Rentnerspielhunde untergebracht sind. Das ist hier eine Hundepension in Elsass. Sieht nicht so schön aus, ist nicht so komfortabel, wie Sie es vielleicht von anderen Orten kennen. Fakt ist einfach, mehr können wir uns finanziell nicht leisten. Es ist relativ nah für uns hier aus Basel, sodass wir die Hunde und die Interessenten betreuen können. Vielleicht noch ein kurzer Schwenk zum Zwinger, in dem Astro lebt. Auch das ist eine Übergangslösung natürlich und trotzdem nicht super für die Hunde. Andererseits einfach im Moment die praktikabelste und vor allem finanzierbare Lösung. Aus dem Grund haben wir auch einen Spendenaufruf, der natürlich die Pensionkosten verursacht für die Hunde, die wir bestreiten müssen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer ist, ob was das hier ist. Hier, links. Weiter links. Okay. So sieht es hier innen aus. Mein Schatz hat Durst. Wir wechseln regelmäßig. Sie haben natürlich Becken hier hinten auch. Aber schön ist anders. So, und jetzt bleibst du drin. Ich komme gleich.